Pssst, Achtung, Stummfilm! Das ist das Orchester Filmharmonie. Die Filmharmonie spielt Musik zu schönen alten Filmen. Zum Beispiel am 24. Juli in Klagefurt oder am 25. Juli in St. Veiterner Glan im Fuchspalast. Wenn die Filmharmonie einen Stummfilm begleitet, dann klingt das ungefähr so. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Die Filmharmonie zeigt heuer Nach der berühmten Bosse von Johann Nepomuk Nestreu. Nun schreibt Florian C. Reitner eine neue Musik zu diesem Film. Ohne Musik klingt ein Stummfilm ungefähr so. Die Filmharmonie braucht für ihr nächstes Konzert noch ein paar Musiker und einen Dirigenten. Und in ihrer Kaffeekasse hat die Filmharmonie Kaffee. Einen Stummfilm ohne Musik. Wollen wir das? Quatsch! Blödsinn, Bando! Wollen Sie uns da ein bisschen beistehen? Quatsch! Wollen Sie uns da ein bisschen beistehen? Untertitelung des ZDF, 2020